Musik Mindestens 10 Morde in 11 Jahren. Mutmaßliche Täter, eine rechtsradikale Terrorbande in Deutschland. Es ist eine Spur des Schreckens, aber trotz jahrelanger Ermittlungen führte angeblich keine Spur ins rechte Lager. Wie kann das sein? Die Lignitzer Straße am Stadtrand von Nürnberg. Normalerweise ein beliebter Ausgangspunkt für naherholungssuchende Großstädter. Doch im September 2000 wird hier ein türkischer Blumenhändler in seinem Verkaufsstand niedergeschossen. Zwei Tage später ist er tot. Heute ist klar, an diesem Ort liegt der Ausgangspunkt der größten Mordserie rechtsextremer Gewalttäter in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Tochter des ermordeten Blumenhändlers leidet bis heute unter dem Verbrechen. Auch deshalb will sie unerkannt bleiben. Da war ich gerade mal 13 und das war gerade der Schock für mich. Also als so Teenager-Alter, du weißt nicht, wer es war, von wem es kam. Da wurden die Familien erstmal beschuldigt. Und das war der Schock, total orientierungslos. Ich konnte nicht mal auf der Straße laufen, hatte ich sogar so Angst, dass mich irgendwie jemand verfolgt. Oder es war richtig graus. Mitte Juni 2001 wird in der Nürnberger Südstadt ein türkischer Schneider in seinem Laden mit zwei Kopfschüssen regelrecht hingerichtet. Zwei Wochen später, der nächste Tatort. Ein türkischer Gemüseladen in Hamburg-Barenfeld. Der Inhaber wird am 27. Juni 2001 ermordet. Wieder sind es Kopfschüsse aus nächster Nähe. Die Polizei ermittelt, wie es damals heißt, in alle Richtungen. Ins Visier der Ermittler geraten auch die Mordopfer, was die Angehörigen bis heute empört. Mein Vater wurde ja auch sogar als kriminell beschuldigt. Er hat die Blumen aus Holland geholt. Vielleicht hat er ja Drogen mit rübergebracht. Weiß Gott, was da alles kam. Mordwaffe ist immer wieder eine Czeska, eine Pistole tschechoslowakischer Herkunft, ähnlich wie diese hier. Damit ist klar, es handelt sich um ein Serienverbrechen mit immer dreisteren Tätern. Denn der nächste Tatort liegt nur wenige Schritte von einer Münchner Polizeidienststelle entfernt. Am Vormittag des 29. August 2001 wird an dieser Stelle ein weiterer türkischer Gemüsehändler mit Kopfschüssen aus nächster Nähe erschossen. Bei der Münchner Kriminalpolizei leitet Josef Wilfling die Ermittlungen. Er kam damals sofort zu dem Ergebnis. Das waren glatte Innenrichtungen. Ich glaube, dass man das ohne weiteres sagen kann. Allein schon diese gezielten Schüsse aus nächster Nähe sprachen schon dafür, dass es sich hier um eiskalte Profis gehandelt hat. Heilbronn am 25. April 2007. Ein belebter Platz am Nachmittag. Auf eine Polizistin und ihren Kollegen wird aus nächster Nähe geschossen. Ein kaltblütiger Mord. Wir wurden von einem nicht unmittelbaren Tatzeugen davon in Kenntnis gesetzt. Und dann kamen wenige Minuten später die ersten Streifen hierher und haben eine tote Kollegin gefunden und einen schwer verletzten Kollegen. Die Beerdigung von Michelle Kiesewetter. 3000 Polizisten aus dem In- und Ausland begleiten ihren Sarg. Der kaltblütige Mord ist ein Schock für Polizei und Öffentlichkeit. Michelle Kiesewetter ist 22, als sie stirbt. Ihr Kollege überlebt. Doch als Zeuge fällt er aus. Er erinnert sich nicht an die Tat. Gibt es ein Motiv für den Mord? Am Rande dieser Festwiese hatten die Polizistin und ihr Kollege im Auto gesessen. Mindestens zwei Täter müssen sich von hinten angeschlichen und sofort das Feuer eröffnet haben. Eine gezielte Tat scheint unwahrscheinlich, denn der Einsatz der Polizisten war so nicht geplant. Wir hatten eigentlich alle Urlaub. Es gab ein paar Leute, die freiwillig arbeiten wollten. Und der Einsatz stand dann bereit und sie hat sich dann freiwillig dafür eingetragen. Wie kann man sich so eine Tat erklären als Kollegin? Gar nicht. Dann eine Spur. DNA wird am Dienstfahrzeug gefunden. Sie scheint zu einer unbekannten Frau zu führen. Es beginnt eine Jagd auf ein Phantom, die quer durch Deutschland führt. Nur nicht zu den Tätern. Das Phantom entpuppt sich als verunreinigtes Wattestäbchen. Freitag, 4. November 2011, Eisenach. Halb 10 Uhr morgens. Zwei maskierte Männer überfallen die örtliche Sparkasse. Einige Stunden später in einem nahen Wohngebiet. Die beiden setzen ihr Fluchtfahrzeug in Brand und erschießen sich danach selbst. Neben den Leichen finden die Ermittler die Dienstwaffe der vor vier Jahren in Heilbronn ermordeten Polizistin. Einige Stunden später in Zwickau. In einem Villenviertel fliegt eine Wohnung in die Luft. Wie sich später herausstellt, hatten hier die beiden Männer jahrelang unerkannt gewohnt. Unter den Trümmern findet die Polizei eine Tatwaffe. Sie ist das entscheidende Puzzlestück in einer der mysteriösesten Mordserien der vergangenen Jahre. Vier Tage später stellt sich eine Frau der Polizei, die zu den Tätern gehörte. Damit ist das mutmaßliche Mordtrio komplett. Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe und Uwe Mundlos. Tagelang graben sich die Ermittler durch die Schichten und machen schließlich eine erschreckende Entdeckung. Unter all dem Schutt finden sie ein Bekennervideo. Der Film, der auf makaberste Weise mit der Comicfigur Paulchen Panter spielt, ist ein Bekenntnis sowohl zu dem Polizistenmord, als auch zu den Morden an acht Türken und einem Griechen. Nur ich hatte ja gar nichts anderes von ihnen erwartet. Am späten Abend, kurz vor Mitternacht, wenn es auf dem Bildschirm nur noch blitzt. Der Film legt nahe. Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos waren womöglich nicht nur kaltblütige Mörder. Sie waren auch rechtsextreme Terroristen, die im Untergrund eine konspirative Zelle unterhielten. Ihre Gruppe nannten sie Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU. Besonders erschütternd ist, mit welcher Gefühllosigkeit die Opfer verhöhnt werden. Die NSU nennt die Morde Aktion Dönerspieß. Von einer Deutschland-Tour ist die Rede. Wenn auch nicht jede üble Tat für den, der sie beginnt, direkte üble Folgen hat, ist doch die Chance sehr gering, dass keine Strafe ihn ereilt. Hier hat die Strafe sich beeilt. Mit Berechnung und Präzision müssen sie ihre Opfer umgebracht haben. Der ganze Film ist ein unerträgliches Machwerk. Zynisch kommentieren sie Bilder von ihren Toten, als Fälschung und geben gleichzeitig Täterwissen preis, denn sie haben eigene Fotos vom Tatort. Ein Machwerk rechter Terroristen. Ich war aktuell überrascht durch das Geschehen, das bekannt geworden ist, weil wir bei unseren Ermittlungen in den letzten Jahren nicht feststellen konnten, dass es in der rechtsextremen Szene rechtsterroristische, also festgefügte Strukturen gab. In den Trümmern findet sich auch eine Liste mit Politikernamen. Potenzielle Terrorziele? Politiker sind längst im Visier von Rechtsextremisten. Anschläge gegen die Büros von Kommunalpolitikern häufen sich. Der Jenaer Oberbürgermeister Albrecht Schröter wurde mit Farbbeuteln attackiert. Die rechte Szene bedroht ihn offen. Gesucht, tot oder lebendig. Oberbürgermeister Schröter ist entsetzt, als er Ausschnitte aus dem Bekennervideo sieht. Jetzt wird klar, wie ernst man die rechte Bedrohung nehmen muss. Das ist unglaublich. Ich habe keine Angst. Es gibt natürlich Menschen, die zu mir gehören. Und insofern kann man sich nicht einfach hinstellen und sagen, das ist alles. Ich möchte als Oberbürgermeister dieser Stadt gern wissen, wie das passieren konnte. Ich möchte es verstehen können. Ich verstehe es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie so etwas in einem der modernsten Länder der Welt passieren kann, mit einem Sicherheitsapparat und Technik, der sicher hervorragend ist. Das heißt, ich verstehe es nicht. Ich möchte es gern verstehen können. Fakt ist, im Alltag verhielt sich das Trio eher unauffällig. In Zwickau wohnten sie unter falschem Namen direkt über einem griechischen Restaurant, das ein Pärchen betreibt und pflegten freundschaftlichen Kontakt. Der Koch erinnert sich gut an die drei. Und die Rechtsextremisten machen nicht nur Geschenke. Sie gehen auch regelmäßig beim Griechen essen. Beate Zschäpe trinkt dort mit dem Koch Uso. Der ist schockiert, aber auch erleichtert, dass er selbst mit dem Leben davon kam, als die Wohnung über dem Restaurant in die Luft flog. Der erste Gedanke war, als ich das gehört habe, na ja, erst mal überrascht. Weil ich habe nie erwartet, von diesen Leuten zumindest. Und dann, na ja, sagen wir, Glück und Unglück. Aber nicht nur die Nachbarn waren ahnungslos. Auch die Ermittler der Polizei hatten in mehr als zehn Jahren nicht den geringsten Verdacht. Dabei verübte das Trio vermutlich seit Jahren Morde und Anschläge. Die Kolbstraße. Klein Istanbul in Köln. Auf einer Länge von 500 Metern haben sich seit den 90er Jahren Hunderte von türkischen Kleinunternehmen angesiedelt, die heute maßgeblich das Straßenbild prägen. Am 9. Juni 2004 explodierte hier vor dem Friseurgeschäft von Özcan Yildirim eine Nagelbombe. Der Sprengsatz, ein Behälter mit Schwarzpulver und Zimmermannsnägeln auf einem Fahrrad, wurde ferngezündet. 22 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, 15 Läden zerstört. Einen Tag später zieht der damalige Innenminister Otto Schily bereits eine vorsichtige Bilanz. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Aber die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass ich eine abschließende Beurteilung dieses Ereignisses nicht vornehmen kann. Der Besitzer des Friseurladens geriet dann ins Fadenkreuz der deutschen Staatsanwaltschaft. Der Verdacht, er selbst sei Teil der Mafia. Es hat Jahre gedauert. Und nur einem Zufall verdanke ich es, dass der Anschlag endlich aufgeklärt werden konnte. Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin gegen Terror, aber in diesem Fall habe ich mich innerlich wirklich sehr gefreut. Es wurde immer etwas anderes behauptet. Wie meinen Sie das? Na, es wurde ja behauptet, die Mafia stecke hinter der Tat. Beziehungsweise die Polizei sprach von Schutzgelderpressung. Niemand wollte mir glauben, dass es ein rechtsradikaler Terroranschlag war. Damit ist heute Schluss. Es war ein Terroranschlag. Mir fällt eine große Last von der Seele. Haben Sie den Ermittlern Ihre Vermutung mitgeteilt? Selbstverständlich. Das war meine erste Antwort, als die Polizei mich nach einem Motiv fragte. Ich habe denen direkt gesagt, dass das Rechtsextremisten waren. Aber die Beamten ermittelten jahrelang in Richtung Schutzgeld, Erpressung oder solche einfachen Dinge. Doch Escan Yildirim lag mit seiner Vermutung wohl richtig. Jetzt hat sich die Terrorzelle aus Zwickau in ihrem Video auch zu dem Anschlag in der Kölner Kolbstraße bekannt. Paul beschließt in diesem Augenblick, ich hole die gute alte Zeit zurück. Bei plötzlich auftretenden Hindernissen muss man sich nur zu helfen wissen. Direkt gegenüber vom Friseurgeschäft liegt dieses türkische Teehaus. Am Tag der Explosion hatte Cornelia Barent Höfken Dienst. Ich bin froh, dass rausgekommen ist, wer das war. Weil wir haben ja hier in ständiger Angst gelebt, dass wieder irgendwas passiert. Weil nie irgendwas ermittelt worden ist. Im Gegenteil ist ja eingestellt worden das Verfahren. Die Ermittlung ist eingestellt worden. Hier glaubte niemand, dass die Mafia die Bombe gezündet hat. Von Beginn an dachte man an einen Anschlag von Rechtsradikalen. Im Teehaus treffen wir Ali Demir, Lehrer und Ex-Vorsitzender der Interessengemeinschaft Kolbstraße. Im Jahr 2004, erzählt er uns, gab es Kommunalwahlen in NRW. Rechtsextreme hätten in direkter Nachbarschaft der Kolbstraße plakatiert. MPT hat hier diese Mauern und Schanzestraße auf dieser Seite und hinter Karlsbergstraße plakatiert. Und dann außer Plakaten, die haben auch an Briefkasten ihre Flutblätter reingeworfen. Nun sagt die Staatsanwaltschaft, solche Aktionen hätte es nie gegeben. Nein, Aktion hat sich gegeben. Und dann natürlich, jetzt haben wir keine Beweismittel. Schon 2004, 2011, natürlich nach sieben Jahren können wir nicht nachweisen. Die Polizei veröffentlicht ein Überwachungsvideo und ein Phantombild des Täters. Ohne Fahndungserfolg. 2006 werden die Ermittlungen eingestellt. Jetzt sind viele Türken in der Kolbstraße schockiert, dass sich herausstellt, dass die Täter doch rechtsextreme waren. Wenn man jetzt nach sieben Jahren erfährt, was da eigentlich für ein Motiv dahinter steckt und dass da die höhere Gewalt bzw. der Verfassungsschutz, der eigentlich die Bürger in der Demokratie schützen sollte, dann fragt man sich, egal ob türkisch oder deutscher Bürger, woran können wir uns dann noch festhalten hier, um an eine Gerechtigkeit zu glauben. Weil irgendwo fühlt man sich ja da auch total veräppelt, weil das damals absolut nicht ernst genommen worden ist. Dass man halt auch gesagt hatte, dass man in die andere Richtung ermitteln soll, dass das Rechtsradikale sein könnten und dass das eigentlich, dass da so drüber weggehört worden ist. Haben die Behörden zu lange weggehört oder sogar weggesehen? Die Anfänge des mutmaßlichen Terroristen-Trios liegen weit in der Vergangenheit. 90 Kilometer westlich von Zwickau, in Jena. In den Jahren nach der Wende gibt es in Thüringen eine rege und besonders gewaltbereite Neonazi-Szene. Hatte hier das Terror-Trio Unterstützer gefunden? Rückblickend wird hier aus dem angeblich so heimlich agierenden Terror-Trio eine Staatsaffäre. Denn ganz so unauffällig verhielten sich Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe und Uwe Mundlos keineswegs. Zumindest nicht zu Beginn ihrer terroristischen Karriere. Hier in der Ernst-Zielinski-Straße Nummer 42 hatte Beate Zschäpe eine Wohnung angemietet, wo sich die drei regelmäßig trafen und wohl auch radikalisierten. Mitte der 90er Jahre hatten sie ihre eigene Neonazi-Zelle gegründet. Die Kameradschaft Jena bestand nur aus sechs Personen, empfand sich aber als besonders elitären Zirkel. Eingebunden war die Zelle im Thüringer Heimatschutz, einer Dachorganisation für die verschiedensten Neonazi-Gruppierungen. Und welcher Geist dort herrschte, zeigen Flugblätter, die um die Jahrtausendwende in der Szene verteilt wurden. Aktion statt Reaktion. Ein klarer Aufruf, etwas zu unternehmen. Unter Zeichner ist Patrick Wieschke, ein NPD-Funktionär. Er bestreitet heute, dass der Zettel ein Gewaltaufruf gewesen sei. Und dass Appelle wie seiner die drei Terroristen zu ihren Morden angestiftet haben könnten. Wir haben mit solchen Dingen nichts zu tun und es ist auch überhaupt gar nicht in unserem Sinne. Wir wollen das von uns weisen, dass das mit uns überhaupt in Zusammenhang gebracht wird. Und wir würden denen natürlich sagen, dass es nicht in unserem Sinne ist und dass uns das leid tut, sofern es überhaupt einen politischen Hintergrund hat, diese Taten. Nicht in seinem Sinne? Vor Jahren war Patrick Wieschke, der NPD-Funktionär, selbst an einem Anschlag auf einen türkischen Imbiss beteiligt. Ein Neonazi hatte im August 2000 einen Sprengsatz in einen Dönerladen in Eisenach geworfen. Patrick Wieschke wurde als Hintermann der Tat verhaftet und zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Heute bestreitet NPD-Mann Wieschke jeden Zusammenhang zwischen NPD und den Morden der drei Terroristen. Ich kann nur sagen, die NPD hat mit all diesen Dingen nichts zu tun. Weder ihre Politik hat einen Nährboden für solche Taten bereitet, noch steht sie in irgendeinem Zusammenhang mit den drei oder vier, inzwischen vielleicht auch fünf Verdächtigen. Keinerlei Verbindung zur NPD also? 24. Januar 1998. Nur wenige Wochen, nachdem das Terroristentrio seine ersten Bomben gelegt haben soll. In Dresden demonstriert die NPD. Nur wenige Meter hinter dem damaligen Parteivorsitzenden Udo Vogt, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, umrahmt von NPD-Anhängern. Auf dem Plakat vor ihnen eine klare Ansage. Eine Idee sucht Handelnde. Eigentlich ist das Umfeld der NPD und die Partei selbst bestens vom Verfassungsschutz durchleuchtet. Es gab Zeiten, da war angeblich jeder siebte in der NPD-Parteispitze ein Staatsspitzel. Deutsche! Arbeitsplätze! Arbeitsplätze! Umso erstaunlicher ist es, dass von den Aktionen des Terror-Trios in Jena niemand etwas gewusst haben will. 1997 fanden die Ermittler in einem Koffer mit NSDAP-Logo TNT-Sprengstoff. Platziert war die Bombe vor dem Jenaer Theater. Allerdings gab es keine Zündvorrichtung. Schon damals hatten die Ermittler das Terror-Trio im Verdacht. Wir haben eine Vorstellung davon, wer für diese Dinge in Frage kommen könnte. Einzelheiten dazu, wie unsere Ermittlungen sich gestalten, möchte ich jetzt noch nicht preisgeben. Denn das könnte die Ermittlungen in der Tat gefährden. Wenige Wochen später heben die Ermittler eine Garage aus, in der das Trio noch Bär-Sprengstoff und Waffen gelagert hat. Als die Polizei daraufhin die drei festnehmen will, ist die Zelle abgetaucht. Aus unseren Ermittlungen in gleichgelagerten Strafverfahren wissen wir, dass eine solche Gruppe konspirativ nur längere Jahre leben kann, wenn sie aus dem sogenannten legalen Umfeld Unterstützung erfährt. Und tatsächlich, so richtig weg waren sie nicht. In der Szene werden Solidaritätskonzerte veranstaltet, um Geld für die Untergetauchten zu sammeln. Und dieses Geld soll über einen Nazi-Kader weitergeleitet worden sein. Pikant, der Mann ist gleichzeitig ein V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes. 3000 Euro übergibt dieser nach Eigenaussage schließlich einem engen Vertrauten des Trios, André Kapke. Und auch der ein alter Bekannter der Staatsschützer. Er kommt sogar in einem Aufklärungsfilm des Thüringer Verfassungsschutzes zu Wort. Die Anti-Antifaust-Thüringen wurde gebildet als Reaktion auf Gewalttaten von linken oder linksorientierten Jugendlichen, um aufzuklären und diese Gewalttätal dann ans Licht zu bringen. Neonazi Kapke soll die eingespielte Summe schließlich den untergetauchten Terroristen übergeben haben. Über die Geldübergabe will der V-Mann den Thüringer Verfassungsschutz informiert haben. Er behauptet, auch nach dem Untertauchen des Trios noch Kontakt zu ihnen gehabt zu haben. Also zu den Terroristen, die die Polizei damals verzweifelt suchte. Beim Verfassungsschutz Thüringen heißt es dazu nur kein Kommentar. Doch welche Rolle spielte die Behörde wirklich? An ihrer Spitze steht bis zum Jahr 2000 er, Helmut Röwer. Unter seiner Leitung wurde der Mitbegründer des Thüringer Heimatschutzes, Tino Brandt, als V-Mann angeworben. Er soll 200.000 Mark bekommen haben, um Informationen aus der Szene zu liefern. Geld, das er nach eigener Aussage für Propaganda ausgibt. Sergej Lochthofen war damals Chefredakteur bei der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Das Gebaren des Verfassungsschutzes hat er genau beobachtet. Unser Verdacht und auch unsere Arbeitsthese war, dass der Verfassungsschutz zeitweilig sich selbst die Arbeit organisiert hat, indem man V-Leute in den oberen Etagen dieser Organisation und Partei hatte. Und auf diese Art und Weise natürlich auch immer wieder auch materiell mit dazu beigetragen hat, dass überhaupt bestimmte Vereinstaltungen, Demonstrationen, Zusammenkünfte, andere Dinge durchgeführt werden konnten. Es sind ja beachtliche Zehntausende, Hunderttausende Mark über den Verfassungsschutz in diese Szene geflossen. V-Leute, gut bezahlt, beste Kontakte in die Szene. Trotz intensiver Observation von Polizei und Verfassungsschutz bleibt aber das per Haftbefehl gesuchte Trio abgetaucht. Merkwürdig. Wenn ich gewusst hätte, wo sie sind, dann hätte ich der Polizei gesagt, da sind sie, und dann hätten sie sie festgenommen. Rövers Rolle aber bleibt zwielichtig. Erst recht, wenn man über seine politische Gesinnung recherchiert. 1999 schwadroniert er. Das Dritte Reich ist eine bestimmte Epoche in der deutschen Geschichte und diese besteht nicht nur aus Verbrechen. Wenn sie den jungen Leuten erklären, es seien nur Verbrechen gewesen, dann glauben die das nicht, weil sie dann in einen Großvater-Enkel-Konflikt kommen. 2010 publiziert Röver im österreichischen Ares Verlag. In diesem Verlag finden sich auch Autoren, die politisch äußerst rechts stehen. Helmut Röver ist hier in Gesellschaft zum Beispiel von Rudolf von Rippentrop, ehemaligem Mitglied der Waffen-SS. Oder von Olaf Rose, Berater der sächsischen NPD-Landtagsfraktion. Erst vor wenigen Tagen ist Rose auf einer Kundgebung im oberfränkischen Wunsiedel einer bekannten Neonazi-Pilgerstätte aufgetreten. Im gleichen Verlag veröffentlicht heute also auch der frühere Chef des Thüringer Verfassungsschutzes. Schriftlich haken wir bei Helmut Röver noch einmal nach. Doch wir bekommen keine Antwort. Es zeigt ja doch, dass man da keine Berührungsängste hat. Ob das in der Arbeit genauso war, ich vermute es zumindest. Hat das Zwickauer Trio auch deshalb ungehindert morden können, weil der Verfassungsschutz nicht so genau hingesehen hat? Am 9. Juni 2005 wird Nürnberg erneut Schauplatz eines Mordes. An der Scharrastraße am Rande der Nürnberger Innenstadt wird der Besitzer einer Dönerbude, auch er ist türkischer Herkunft, durch fünf gezielte Schüsse getötet. Er ist das sechste Opfer der unheimlichen Mordserie. Immer wieder sind es die gleichen furchtbaren Bilder. Doch diesmal gibt es Zeugenaussagen. Danach haben zwei Männer in der Nähe des Tatortes auffällig eine Karte studiert. Mit Mountainbikes seien sie in Richtung Dönerstand gefahren. Auf einem Parkplatz einen knappen Kilometer vom Tatort entfernt, werden sie erneut beobachtet. Sie werden gesehen, wie sie ihre Fahrräder in einem Minivan verstauen. Auf Grundlage von Zeugenaussagen kann die Nürnberger Polizei sogar erstmals brauchbare Phantomzeichnungen anfertigen. Heute ist klar, die Phantombilder haben Ähnlichkeit mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die Großfahndung bleibt dennoch erfolglos. Wenige Tage später im Münchner Westend erneut ein Mord. Das einzige Opfer nicht türkischer Herkunft, ein Grieche, wird vor seinem Laden erschossen. Zeitungen verdächtigen eine ominöse Halbmond-Mafia. Doch laut ARD-Informationen kam 2006 der Fallanalyst im Münchner Polizeipräsidium Alexander Horn zu dem Ergebnis, hinter der Mordserie stecken Rechtsextremisten. Kann das sein? Horn darf jetzt keine Interviews mehr geben, aus Rücksicht auf die aktuellen Ermittlungen. Der ehemalige Münchner Fahnder erzählt. Und da haben eben die Münchner Profiler eine Analyse erstellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass auch ein rechtsradikaler Hintergrund wahrscheinlich ist. Eigentlich waren die auch sehr überzeugt davon, dass es ein rechtsradikaler Hintergrund sein müsste, weil es eben überhaupt keine Ergebnisse in einer anderen Richtung bisher gegeben hat. Und diese Richtung, diese Vorgabe durch die Münchner Profiler fand natürlich nicht überall Zustimmung. Es gab auch andere Meinungen. Und insofern haben sich diese beiden Ermittlungsrichtungen da ein bisschen auseinanderentwickelt. War dies die fatale Chance, die Mordserie schon vor Jahren zu stoppen? Viel Leid zu verhindern? Rechtsextremismus als Motiv erschien Ermittlern offenbar plausibel. Die Ermittlergruppe Bosporus geht auch dieser Spur nach. Wir haben natürlich die entsprechenden Fachdienststellen abgefragt, um Auskünfte über auffällige Personen zu erlangen, die dann auch von uns überprüft wurden. Haben Sie damals auch die Landesämter für Verfassungsschutz angefragt, im Zusammenhang mit dieser Theorie für verdächtige Personen? Eine der Fachdienststellen haben Sie gerade genannt. Natürlich haben wir auch diese Fragen gestellt. Haben Sie auch beim Verfassungsschutz in Thüringen angefragt? Die einzelnen Dienststellen, wo wir angefragt haben, kann ich Ihnen nicht nennen. Würden Sie es dementieren? Also kein Kommentar, oder? Kein Kommentar, heißt es auf Nachfrage beim Thüringer Verfassungsschutz. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist da offener. Ich gehe fest davon aus, dass der Verfassungsschutz mehr wusste, als wir jetzt wissen und als die Polizei gewusst haben. Und es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, absolut notwendig in dem Bereich Informationen zu bekommen, wenn man dann konkret in den Bereich, wenn es um Tötungsdelikte geht, ermitteln müsste als Polizei. Da habe ich dann wenig Verständnis dafür. Es hätte eine konzentrierte Führung bedürft. Und wenn man natürlich überall das eigene Süppchen kocht und jeder sitzt auf seinen Informationen, dann ist das eben nicht ausreichend. Das Terror-Trio aus Zwickau. Mindestens zehn Menschen sollen sie auf dem Gewissen haben. Wären sie früher zu stoppen gewesen? Hinweise und Gelegenheiten hat es gegeben. Sie wurden nicht ergriffen. Wegen Fehleinschätzungen, Geheimniskrämerei und einer unverständlichen Ignoranz für die Gefahr von rechts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017